Ich komme jetzt gerade aus der Innenausschusssitzung und heute haben wir den Lieb-Tagesordnungspunkt behandelt. Heute musste Innenminister Jäger Stellung dazu nehmen, wie es zu dem Maulkorb an den Polizeipräsidenten Wimber kam. Der Herr Innenminister selbst hat nicht dazu gesprochen, sondern hat seine Mitarbeiterin sprechen lassen. Und die Mitarbeiterin begründete die Entscheidung wie folgt. Sie sagte, man könne zwischen der Funktion Polizeipräsident Herr Wimber und der Privatperson Herr Wimber nicht ganz klar unterscheiden. Denn die Organisation Lieb hätte an der Privatperson Wimber vermutlich, so geht sie auch davon aus, eben kein Interesse, wenn er nicht Polizeipräsident wäre. Und das hat das Ministerium dazu bewogen, die Entscheidung so zu treffen, dass der Polizeipräsident Wimber und die Person Wimber eben sich nicht zu lieb äußern dürfen und haben dann eben knallhart diesen Maulkorb verhangen. Die Ministeriumssprecherin musste heute im Ausschuss eigentlich allen Parteien und Fraktionen dort Recht geben, denn egal welche Position sie vertreten haben, alle hatten so ein bisschen Recht. Die, die gesagt haben, dieser Maulkorb geht nicht, er verstößt gegen die freie Meinungsäußerung von Herrn Wimber, die hatten Recht. Aber auch die Menschen hatten Recht wie der Innenminister Jäger, die sagten, das geht nicht, weil der Herr Wimber eben Polizeipräsident ist und darf das in dieser Funktion nicht machen. Es gab also Spielraum in der Frage und der Entscheidung, ob man ein Verbot, ein Äußerungsverbot verhängt oder nicht. Und man hat eben ganz klar seinen bisherigen Weg gewählt, nämlich der Verbotspolitik und hat sich dazu entschieden, okay, wir verbieten eben Äußerungen zu diesem Thema für die Person Wimber. Ja, und das verdeutlicht einfach, dass wir mit der Bezeichnung Maulkorb-Minister voll ins Schwarze getroffen haben. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch kurz an Herr Wimber wenden. Herr Wimber, ich wünsche Ihnen für die Zukunft viel Kraft und alles Gute für die wichtige Arbeit bei LIEB. Und seien Sie sicher, bei uns in der Fraktion haben wir immer ein offenes Ohr für Sie. Herr Wimber, ich wünsche Ihnen viel Kraft und alles Gute.